Herzlich Willkommen zu einer neuen BMW Connected 3 Folge. Es geht manchmal um Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden können. Nach einem Unfall braucht man deshalb schnellstmöglich Hilfe. Das gilt hier auf der Autobahn, aber ganz besonders auch auf einsamen Landstraßen oder nachts. Da dauert es schon mal lange, bis ein Unfall überhaupt entdeckt wird. BMW Assist bietet mit seinem integrierten Notrufsystem eine Lösung, die Leben retten kann. Automatisch wird über die eingebaute SIM-Karte im Fahrzeug eine Sprachverbindung zu dem BMW Callcenter aufgebaut. Die exakte GPS-Position wird übertragen und es wird die nächstgelegene Rettungsleitstelle informiert. Ich kann aber auch einen Notruf manuell über die SOS-Taste hier am Dachhimmel auslösen und damit sofort Hilfe anfordern. Zum Beispiel auch für andere Verkehrsteilnehmer. Der einzigartige Notruf von BMW Assist überzeugt aber nicht nur viele BMW-Fahrer, sondern auch Rettungskräfte und Notärzte. Stell Sie sich einfach vor, Sie fahren durch Deutschland auf einer Autobahn. Und Sie sehen auf der Gegenspur einen Verkehrsunfall. Ich glaube nicht, dass jeder von uns in der Lage ist, exakt zu bestimmen, wo er sich gerade auf der Autobahn befindet. Wenn Sie das Notrufsystem auslösen, hat die Rettungsleitstelle exakte Informationen und erspart dem Rettungsdienst unheimliche Zeit. Der BMW-Notruf versetzt die Rettungskräfte in der Lage, zielgerichtet an den richtigen Einsatzort zu fahren. Und vor allen Dingen kann er den Einsatzort früher erreichen, dadurch, dass er auch den Alarm früher bekommt. Und das ist wiederum für den Patienten entscheidend. BMW ist Pionier in Sache Notruf. Bereits seit elf Jahren ist diese Funktion im BMW Connected Drive Programm. Sie ist in vielen europäischen Märkten verfügbar, sogar weltweit und rettet jeden Tag Leben.